Hallo und herzlich willkommen YouTube, ich bin's wieder, euer EasyStyle mit Let's Play Outlast. Im letzten Part hatten wir einige Schreckmomente und ja, ich mache jetzt gerade wieder weiter. Ihr seht ja im Hintergrund, glaube ich, ein bisschen mein Ohr, wir haben kurz vor Mitternacht, wenn ihr es lesen könnt. Und ja, wir haben hier War Rider überall stehen. Also hier geht's ziemlich ab, hier geht's ziemlich zur Sache. Das scheint der richtige Weg zu sein, dann gehe ich jetzt nochmal hier zurück. Okay, da kann ich nicht rein. Gibt's hier irgendwas? Ah, hier kann ich mich verstecken. Okay. Okay. Okay, da vorne waren wir. Das heißt, es geht hier weiter. Hier kann man sich auch verstecken. Wieso das? Wo sind wir? Wo sind wir? Gibt's hier was? Nein. Nein. Scheint nicht. Die Scheint gibt's hier nicht. Ich muss hier runter. Oh ne. Nein. Noch weiter runter. Noch weiter runter. Wo bin ich hier? Wo bin ich hier? Ich bin in der Batterie. Wo ist keiner rüberspringen? Gibt's hier was? Gibt's hier was? Hallo. Scheint der Weg zu sein. Wo geht's denn in die andere Richtung? Das ist bloß, jetzt kommt mir was entgegen. Ach, gar nichts. Doch. Eine Batterie. Okay. Danke mal. Hör zurück. Verwirrend. Ach, Leute, Leute. Was habe ich mir da angetan? Nichts tolles, wie es aussieht. Omelette's? Passiert jetzt irgendwas? Ah, Ladebalken. Irgendwas wird dir passieren, hä? What the fuck? Oh, je. Dokument. Doku. Doku, Doku, Doku. Me-end. Das Evangelium des... Was auch immer. Konzentrieren so. Mit Bleistift auf der Rückseite eines Aufnahmeformulars geschrieben. Handschrift gleich Schriftstücken des Patienten Vater Martins. Archim Baut. Dieser Gott ist real, was wir so lange für Geister, Gespenster, Wahnsinn hielten. Wir haben es nur absichtlich ignoriert. Die Schuppen auf Sautsaugen werden Furcht, auch wenn wir hinter alles blicken, sehen wir wahrhaftig, dies ist das Geschenk des Wallriders, das Evangelium des Sands. Die größte Sünde der Welt besteht darin, Gott absichtlich zu ignorieren, also eine Offenbarung zu erlangen und sie der wartenden Herde vorzuenthalten. Dieser Ort, sich der Erlösung in den Weg zu stellen, ist eine Sünde, für die keine Strafe zu hart ist. Okay. Ich mache nicht so viel Krach. Jetzt muss ich auch noch hier Batterie wechseln. Nein, ich mag da nicht rein. Ja, super. Hallo? Hallo? Fehlt zwei Ventile auf, um das Wasser abzulassen. Nee. 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 Wenn jetzt jemand kommt. Ja, genau. Jetzt kommt der Fette wieder. Ja, jetzt haut er ab. Na, super. Der schreckt mich sicher gleich wieder, wenn ich den kann. Wo bist du? Ich hör ab. So, wo werden die Ventile? Nein, nein. Verschwinde. Komm, hau ab. Ja, super. Der ist ja ganz geil. Ich muss von dem auch die ganze Zeit abhauen. Der kämmt sich ja da vorne und wartet auf mich. Ja, komm, Musik, hör auf. Ich hab's verstanden. Ich komm jetzt gar nicht lang. Da komm ich gar nicht lang. Ich fang wieder zurück. Aha. Ja, super. Wer wartet extra da vorne, das ist uncool Ja, verstimmt doch endlich mal Du bist nicht mal gruselig Hau einfach ab, einfach abhauen Wir sind nicht total Kiff Naja klar Der da vorne rum rennt, das ist ja wieder so typisch Los gehts, hä? Weiß zwar nicht wohin Ok, scheint wohl die erste Tür zu sein Erste Ventil Boah, die Geräusche Grad ein bisschen pervers Und ich muss jetzt in die andere Richtung, wo der Feuer war Damit ich das andere Ventil aufmachen kann Wo kommt der? Ah, ich kann hier durch, wo er nicht durch kann Seh ihn Hey, Kollege Seh dich Hau ab Das hat der schon nicht mal mit Naja Da kann auch über alles drüber hüpfen, ne? Oh Fuck Ja, super Ja Was du jetzt auf einmal? Hey, doch uncool Auf einmal steht der vor mir Das fand ich jetzt nicht nett Das fand ich jetzt nicht nett Ja, ja komm Ja, spring doch runter Du bleibst Ja, da bist du Ja, genau Machst mir keine Angst mehr Ich frag mich jetzt immer noch, wo er gerade herkam Hm, ich weiß es nicht Ich würde es ja gern noch schaffen Ich würde es ja gern noch schaffen Ich würde es ja gern noch schaffen Kommt der jetzt oder nicht? Ja, ich würde es ja gern noch machen Ja, mal in die andere Richtung Okay, hier kommt er auch Okay, hier kommt er auch Und Ich höre nur schon Ich höre nur schon Bin ich da? Bin ich da? Bin ich da? Ja, super Ja, super Hier ist keiner Ja Verschwinde, genau Hau einfach ab Hau einfach ab Mein Gott Mein Gott Mein Gott Ja, bis du weg bist dauert es ja ewig Ich höre dich hier mal noch Ich höre dich hier mal noch Irgendwie eine Batterie oder so hier Nein mit Ja, super Ah, er geht jetzt Das kann so nicht Wow, war das knapp. Meine Freunde, ich würde mal sagen, wir haben doch schon wieder hier 18 Minuten aufgenommen. Ich warte noch bis hier die Musik ein bisschen ruhiger wird. Ja, komm. Ja, so, jetzt würde ich mal sagen, das war es wieder mit Let's Play Outlast. Ich mache hier jetzt mal erst mal wieder einen Schnitt. Lasst eine Bewertung, da hast einen Daumen, da seid im nächsten Part dabei. Wenn ich das zweite Vitil drehe, seid gespannt, ob ich es schaffe oder wieder nicht. Und ja, ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal, ich bin raus. Tschö.